Wir sind so ein breiter Ries, weil wir die Superlube sind, sie sind zwar hier zu, aber wir haben schon wieder einen Versorgung im Allgemeinen. Ich habe immer noch keinen einzigen Superlube, sind nicht zu flexibel und treuend nicht im Dunkel. Nur die originalen sind das nicht fest. Superlube, das ist die Ries hier mit mir und auch für mega Spaß. Was halt bloß allein haben die alten Bank, die das hier ist sicher nicht. Fast ist die Teuer und kostet den Schill mal 80 Euro oder mehr. Aber bei uns sind die Superlube, 80 Euro, auch keine 60, ja nicht mehr 50 Euro. Ihr bekommt nur jetzt die fantastischen Fantastic Tracks, die werden auch in uns als Superlube ist. Der Preis von 0,90 Euro, wir sparen also in der Sekunde 50 Euro. Aber halt zur Makler-Führung, jetzt, 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 richtig cool. Denn nur heute legen wir euch auf das Fantastic Tracks für die Sieg sind. Am Zug kam die Sonne auf, der steht hier aus einer Sieg-Krupp-Kreuzung. Wir haben hier vor allen Spurwechseln und es bleibt immer noch bei mir in der Show.